So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Novos und heute bin ich, weil ich immer abwechslend so ein bisschen mache, alleine mal und wir gehen drauf und gucken mal, ob wir, ich hab den Cleaver nicht ganz ausgetestet, ich will doch mal da austesten, da ein bisschen rumbasteln. Also wir haben mal OP, Cleaver auf OPNess, das letzte Mal gekriegt und mit dem können wir jetzt halt ganz viele tolle Dinge machen, ich fühle mich irgendwie voll langsam gerade. So, und ich, ich geh ganz normal rein, ähm, eventuell brauchen wir das eine oder andere Dings noch, was ist eigentlich, wenn ich hier, ausnahms, oh nein, nein, das war gerade, äh, ich wollte eigentlich nur, ich wollte, wieso haben die so viel Schaden gemacht, lol, weil ich nicht mehr so viel Rüstung habe, ähm. Ich wollte nicht nur den Schaden testen, anders habe ich mich mal draufgehauen, aber wir haben übelst damit gezogen, ich wollte irgendwas, irgendwas ankloppen, was ich gerade, äh, hier so gesehen habe. Vielleicht kann ich mal hochgehen und, äh, das eine oder andere Vieh killen. Ich hab Stahlleggings bekommen, Stihlleggings, kann ich die schmelzen oder müssen die voll sein? Weiß ich gerade gar nicht. So, oder Skeletts sinkt ein. Alle One-Shot, so ziemlich. Okay, hier, äh, das eine Teil, was, ähm, hier hatte, äh, Dings hatte, warum ist es eigentlich hier unten locker verbaut? Was, 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 äh, 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 ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Egal. Ich hab mich gerade voll verloren. Ich bin jetzt so rund, Sand war weg und dann hab ich irgendwie vergessen, was ich sagen wollte. Komm schon, let's go. Ach genau, das eine Teil, was Rüstung anhatte, das hat mehrere Schläge gebracht. so. Okay, aber im Prinzip kannst du hier übelst easy und richtig schnell zusammenfarben, ja. Die Sache war halt jetzt auch noch, was wir als nächstes tun werden und ich hab ja gesagt, ich bin dabei, eine Quarry zu bauen und bei der Quarry hab ich mir eigentlich gedacht, dass ich vielleicht logischerweise eben auch ein Solarpanel betreibe, aber das von Galacticraft eventuell. Komm, ein Spawn-Zyklus mach ich noch. Das von Galacticraft und bei, äh... Ich dachte, das wär relativ einfach gewesen im Vergleich zu manchen anderen Dingen, weil ich hab Mechanismen ja noch nicht angefangen. Ich hab's noch gar nicht angeguckt und ich werd deswegen vielleicht, äh... ja... einen anderen Weg suchen. Galacticraft will ich sowieso irgendwann nochmal machen. Und jetzt fang ich halt viele verschiedene Dinge an, da kann ich schon mal... Egal, das Ding produziert mehr Strom und, äh, wir gucken's an. Sehr gut. So machen wir das. Wie viele Köpfe waren das jetzt? Einer nur. Egal. Ähm, wir brauchen wir nicht, aber... Ich hab ja genug, aber jetzt mach ich zumindest schon mal Schaden mit dem Ding. Jetzt muss ich noch ein bisschen was aushalten. Jetzt brauch ich noch eine gewisse Rüstung. Ähm. Jemand eine Idee für eine Rüstung, für eine Armor, für irgendwas? Weil ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Bei Armor haben wir übrigens hier in der Suche nicht ganz so viel da. Wir haben halt die Quantum Suit. Das ist das einzigste, aber ansonsten haben wir nicht viel Chestplate. Chestplate haben wir auch ein bisschen was, also. Ja, Ruby Chestplate, Saphir Chestplate, Periodot Chestplate. Was davon ist gut, was auch ein bisschen was aushält? Das ist die Frage. Nobody knows. Gravy Chestplate, eventuell. Tooth Chestplate. Egal. Da sind noch nicht alle Mods drauf, die ihr denkt, sondern, äh, halt nur die, die wir haben. Ich glaube, eine richtige Modliste hab ich grad gar nicht. Aber, äh, ja, ich bin überlegen, wie ich's mach mit den Dingern. Wird's hier dann zeigen. Okay, wir haben auch grad Nacht, das heißt, es ist auch grad niemand drauf und das heißt, ich könnte mal fix schlafen. Ah, falsche Richtung gefunden. Pass mal auf. Ich hab hier ein Problem mit der, ähm, Karte gehabt, dass ich die Journeys Map auf einmal hier oben hab. Das wollte ich nicht. Ich hab keine Ahnung, wie ich die umgelegt hab. Ich hab auch keine Ahnung, wie ich eine Option, dass ich das wieder zurücklegen kann. Kennt da jemand den Hotkey dafür, wo ich das wieder ändern kann? Weil irgendwie so wird's kacke. Ich weiß nur, das mit STG und J hab ich getestet, dass ich die da wegkrieg. Deswegen hab ich die Karte grad nicht. Wie krieg ich's wieder hin, dass sie da oben rechts in der Ecke ist? Weiß das jemand? Dann bitte mal kurz einen Kommentar schreiben. Das ist voll komisch. Ich hab irgendwas gedrückt, aber ich hab keine Ahnung was. Wohl irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mal wieder im Kopf auf das Tastaturum gerollt bin, so brr, brr, rechts nach links, weil ich was am Bauen war, dann, äh, scheint's wohl so zu sein, dass ich irgendwo außerdem drauf gedrückt hab. Naja. Aber ich werd's in den Kommentaren lesen und das nächste Mal dann vielleicht mit ändern auch wieder. Naja. Okay, dann, äh, brauchen wir einen Solarpanel oder, äh, ähm, na, wo haben wir es? Da. Ein Advanced Solarpanel von Galactic Craft. Und, äh, da müssen wir halt ein bisschen was basteln, mal wieder. Und auch hier braucht der Circuit Fabricator Energie. Manet, müssen wir da irgendwie anderweitig noch Energie besorgen. Basic Solarpanel. Ja, zwischen Basic und Advanced ist ja auch nicht mehr so der krasse Unterschied, ne? Ich arbeite hier ein bisschen drauf hin und das heißt aber auch, ich brauch Aluminium. Haben wir überhaupt Aluminium? Tinbogen. Hahaha. Soft Alumin... Nein. 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 Ich hab kein Aluminium genommen. Das werde ich aber brauchen generell, wenn ich, äh, irgendwas da machen will. Und deswegen... Gucken wir mal, ob wir da vielleicht irgendwas noch finden. Und weißt du, was ich vielleicht auch mal machen sollte? Bitte. Ich sollte mal so ein senkrechtes Loch oder so nach oben oder nach unten graben. Von einer gewissen Stelle hier aus, damit ich nicht immer durch die Höhle lande muss. Also wenn ich unten bin, grabe ich mich mal nach oben senkrecht raus oder so, wenn das irgendwie geht. Ja. Und jetzt heißt es nach Aluminium ausschalten. Ich hab immer nie alles mitgenommen, was ich hier so gefunden hab. Sollte ich vielleicht mal. Ich dachte nur, so Aluminium brauch ich eh nicht. Das ist Lithium. Ja, geil. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich muss halt mal wieder runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch in die Höhle rein, wieder raus. Ach, wo ist das hier Gold? Das ist Gold. Nehme ich mit. Ist auch Aluminium oder Lithium? Lithium. Was rum ich jetzt Lithium brauche? Also ich direkt brauche, tue ich es nicht, aber ich nehme es mal mit. Irgendwo hier geht es bestimmt noch Aluminium. Was ist das hier? Magnesium. Nehme ich mit. Ja, damit Magnesium. Das ist nochmal Lithium. Das ist Silver. Silicon. Zink. Hier hast du ja ein ganzes Periodensystem vergraben. Mehr oder weniger. Also hier ist echt alles mit drin. Saphir. Osmium. Brauchen wir auch. Zum Handeln bestenfalls. Hier irgendjemand, der noch braucht. Na gut, ansonsten Eisen. Wo gibt es am besten Aluminium? Ich brauche halt Kabel dann daraus. Für das Solarpanel Ding. Habe ich hier. Ich versuche mal ein bisschen spezifischer zu gucken. Also ich immer hier so. Wieder Magnesium. Und das, was ich gerade nicht brauche, am besten auch nicht mitnehmen. Außer Magnesium oder so. Können wir auch vielleicht mal brauchen. Lithium schon wieder. Ja, ich weiß, es sind Büsche, aber ich habe keinen Bock da jetzt hier rumzufuchteln und irgendwie rumzugraben. In der Lava. Magnesium. Aluminium. Da haben wir es doch. Ein bisschen Alu. Her damit. Ich glaube aber, wir brauchen mehr als die Paar. Jetzt weiß ich aber schon mal, wie es aussieht. Aluminium. Nein, das war auch wieder Lithium. Das sieht immer alles so ähnlich aus. Als einmal habe ich jetzt Alu schon gefunden. Das ist schon mal okay. War wieder Zink. Also Aluminium sieht nicht so aus wie normales Erz. Jetzt ist es ein bisschen gestreut. Vielleicht finde ich da ja noch was. Oder auch nicht. Ne, das ist auch wieder Zink. Zink, zink, zink. Ja, ich will doch nur ein Solarpanel-Gerät machen für, das war Salz. Für eine eventuelle Quarry. Ja, ich denke mal, das meiste habe ich hier aber echt schon weggeplündert. So, hier Lithium, Magnesium schon wieder. Okay. Ich muss vielleicht mal in die Farm mit und mal irgendwie da richtig fahren, weil ich will hier nicht allzu weit weg, denn hier sind noch andere Grundstücke, so nach dem Motto. Oh, hier ist ein Lead. Den können wir natürlich auch mal mitnehmen, denke ich. Ich mache die Minecrafts hier weg. Ein Lead kann man vielleicht immer noch mal brauchen. Das brauchen wir dann wahrscheinlich für die ganzen anderen RF-Maschinen, ne? Das sammle ich mal ein. Ja, aber ansonsten habe ich gerade nichts mehr gesehen. Hier vielleicht noch irgendwas irgendwo, irgendwann. Da noch mal Tint. Gut, Tint brauchst du in das der Craft aber. Irgendwo Aluminium. Salz schon wieder. Spitze gemacht, das komplett alleine. Zink, auch Creeper. Was war eigentlich da in dem Minecraft drin? Habe ich da schon reingeguckt? Nein, habe ich noch nicht. Tin Ingot, Mundane Amulett. Ja, nehme ich mal mit, doch wenn ich jetzt, glaube ich, damit nichts anfangen kann. Okay. Ja, ich weiß, ich habe auch keine Fackeln dabei. Ich habe keine Fackeln dabei, brauche ich nicht meistens. Kann auch hier nichts mitnehmen. Ich habe die Nuggets hier raus. Egal, ich gehe wieder raus. Ich hatte halt gedacht, dass ich irgendwie Senkis nach oben grabe, aber pass mal auf. Ich werde in der Farmwelt mir irgendwas Neues suchen müssen, wo ich nachher jetzt los graben kann, aber ich will auch keine ganze Farmfolge jetzt hier machen. Ist auch nur Zink. Schade. Das ist doof mit dem Material hier. Ist auch nur Zink, 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 Zink. Ich fliege mal hier so ein bisschen entlang, wo ich... Zertus-Gratz kann ich schon mal mitnehmen. Äh, das kann ich dafür raus. Äh, ja, Moment. E-O. Habe ich nicht mal hier rausgeschraubt. Äh. Aluminium. So, so. Solar Panel, please. Brauchen wir da die Kabel. Dann brauchen wir Raw Silicon oder hier das Zeug halt. Redstone, Redstone Peter. Dann brauchen wir einen Circuit Fabricator dafür. Für die Dinger brauche ich einen Kompressor. Circuit Fabricator, Kompressor. Und hier halt ein paar Aluminium-Wires. Ich brauche aber auch Wolle. Und die kann ich momentan noch nicht besorgen. Da muss ich ein bisschen über die Karte fliegen und Schafe einsammeln. So, Tin. Tin. Silber. Lid. Lithium. Aluminium, das behalte ich. Magnesium. Und hier, das waren... Achso, kann man nicht stacken. Crystal Light Bottles. Hm. Ich mache mir mal aus Saphir eine Rüstung für den Anfang. Falls ich kann. Wie viel habe ich von dem Zeug? Saphir. Da nochmal. Ich glaube nicht so viel, ne? Da nochmal. Äh, wird eng. Ich mache nochmal einen Helm. Und einen, äh, Brustpanzer. So. Bam, bam. Das kann man ja gerade eigentlich wegwerfen. Das Decade ist egal. Kann weg. Äh. Raus, 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 raus. Und ich such gerade mal Schafe. Und die rasiere ich mir gerade mal. Und dann, äh, kriege ich Wolle, denke ich. Und ja, ich mache mal gerade das Ding hier an. Weil da müssten Mops aufgelistet werden. Gibt es irgendwo noch laufende Schafe, freilaufende, irgendwas? Schwein sehe ich. Okay, da sehe ich auch ein Schaf gerade. Da sind welche. Ja, das sind gerade frei wilde Schafe. Das heißt, ich kann die ruhig mal, äh, Mopsen einsammeln. Dann da nochmal. Danke. Und da nochmal ein bisschen Wolle. Wächst gerade so ein bisschen. Okay. Und dann können wir uns noch die Kabel machen. Und ich gucke mal, wie jetzt, äh, die Maschinen zu machen sind. Nämlich den Circuit Fabricator und den Compressor. Den Compressor kann man auch mit einem ganz normalen, hier. Gibt es auch von Galacticraft, einen Generator. Coal Generator. Galacticraft Core. Natürlich gibt es den. Ich brauche auch Copper, Eisen, Aluminium Wire und einen Ofen. Ja gut, Aluminium Wire können wir jetzt, äh, theoretisch ja machen, ne? Ja, hier so, dam dam, dam dam. Mit Aluminium rein, da kriegen wir Aluminium Wire aus. So, jetzt brauche ich ganz normalen Cobblestone. Habe ich Cobblestone? Ich habe wieder keinen Cobblestone, ne? Weil ich nur noch cleans dann aktuell einen Sack. Komm schon Cobblestone. Cobblestone. Und witzig, ich habe keinen Cobblestone. Ich kann mir gar keinen... Weißt du was? Natürlich kann ich den Ofen machen. Ich mobs mir das einfach hier. So, und wie ging das jetzt eben mit dem Coal Generator? Kann ich den reinlegen? Achso, Copper fehlt noch, ne? Ja. Äh, da ist ein Copper. Dann, ähm, Eisen fehlt auch. Da ist Eisen drin. Nein, nicht rauswerfen. So, dann kommen wir da Eisen, Eisen. Aluminium Wire, den in den Ofen rein. Da kriegen wir einen Coal Generator. Ja, von Anfang ist es egal. So, da können wir dann den Coal Generator hinsetzen. Keine Hitze, nichts zu generiert. Dann kommt als nächstes, äh, einen Compressor. Ganz normal einen Compressor. Basic Wave, warum haben wir doch zuerst einen Circuit Fabricator? Okay. Circuit Fabricator. Schon wieder ein Ofen. Zwei Aluminium, zwei Buttons. Einen Hebel. Das wird jetzt aber eng. Jetzt brauche ich doch mal vielleicht ein bisschen neue Cobblestone irgendwo geholt. Weil das, äh, ist eng. Ich habe nur zwei Aluminium noch. Ich brauche ein bisschen mehr Aluminium. Ähm, vielleicht kann ich mal in die Farmwelten gucken, ob irgendein Quarry gerade, also da, wo nicht gemeint wurde, an der Wand noch was ist. Falls ich keine Höhle finde, halt. Aber ansonsten würde ich halt gucken, ob das über Höhle funktioniert. Ich werde mich kurz schlafen und dann, äh, gucken wir mal. Aber die andere Galactic Craft Machine wird schon hingekriegt. Also der F können wir tatsächlich jetzt generieren. Mit dem Coal Generator von, von Galactic Crafts. Das ist eigentlich so effizient, aber funktioniert. Denke ich. Na klar, ich kann EU produzieren. Mit normalen Generator. Vielleicht kann ich aber auch da mal anfangen Solarpanels zu machen. Gucken, wie ich das umwandeln kann. Im ESS-Team muss ich auch noch weiter machen. Ich muss so viele Sachen machen. Wir haben so viel zu tun. Also müssen wir fertig werden. Das dauert ein bisschen. Sag ich euch. Ich kann euch gleich schon drösten. Das dauert ein bisschen. Das müssen wir fertig werden. Farbenbereich. Hat er übelst Hunger verbraucht. So, und hier ist doch bestimmt irgendeine, äh, genau. Hat jemand Quarry gemacht? Ist doch schon längst abgebaut. Ich guck mal, ob in den, äh, Randgebieten hier irgendwie noch was ist. Gut, hier vorne ist halt ein See. Haben wir irgendwo Aluminium? Hey, das sieht gar nicht mehr aus der Welt aus. Ich glaub, hier ist Aluminium. Ja, ist Aluminium noch. Ich nehm an, das braucht keiner mehr oder will keiner mehr. Deswegen hol ich's mir. Das ist ja nicht von der Quarry betroffenen Gebiet. Und das Osten nehm ich natürlich auch mit. Weil, äh, mir wurde gesagt, man braucht es. Dann her damit. Und da ist noch mehr Aluminium. Her damit. Genau das brauche ich. So, haben wir noch irgendwo ein bisschen was Aluminium hängen? Nein. Nö. Ich kann mal gucken, ob irgendwo unten noch, ähm, die ist oder was? Was ist denn schlecht? Da ist noch Aluminium. Nehm ich mir auch gleich in welcher Wald? Ja, ich weiß, ich hab mal keine Schaufel und so vielleicht. Nee, das ist mal Salz. Ja, verdammt. Oh Gott, hier sieht man echt gar nichts. Weißt du, was ich jetzt mal mach? Gar nichts, ich hab keine Steine. Ich hab gesagt, wenn, äh, knapps ich hier oben mal das Wasser weg. Und wenn das Wasser weg ist, dann wird das Teil hier ja leer. Und wenn das Teil leer wird, dann kann ich gucken, was unten ist. Weil dann das ganze Wasser verschwindet. Ich kann einfach mit Steinen jetzt vor, um das Ding zu machen. Und da eine riesen Fläche ist, vielleicht sind ja noch Rias oder sonst irgendwas drin. So an der Seite. Dann könnten wir uns die holen. Und ja, das dürfen wir, weil das ist ja hier nicht gesichert. Das ist das Fahrenbereich. Und den, der die Coral geboren hat, der hat wahrscheinlich genug Beute auch so gemacht. So, lass mal kurz hier, äh. Die Kisten, die ich gemacht habe übrigens, die waren für, ähm, später. Kann ich hier irgendwie erst, also zunächst erstmal zumachen. Da ist Aluminium noch. Hey, da sag ich nicht nein. Aber ich muss, äh, erstmal zumachen. So, dann mach ich da zu. Dann mach ich da zu. Und das ganze Wasser nimmt ab. Wow. So, das sinkt jetzt erstmal. Und da ist übrigens auch noch Aluminium. Schön, schön das zu sehen. Ja, ich mach kurz den hier, 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 den, den. Den werden das ganze Wasser hier verschwindet. Aluminium. Aluminium. Herr damit. Das brauche ich jetzt einmal komplett. Wow. Jetzt geht's aber echt runter. Oder war das Aluminium hier? Und dann ist mal wieder Zink. Jo. Ich glaub, das braucht ein bisschen. Jo. Das ganze Wasser abgelassen wird. Das war wahrscheinlich nur von der einen Quelle da oben. Da seh ich übrigens grad Osmium. Die neue Art des Minens. Alter, wie lange das dauert. Das wird jetzt noch ein Weilchen brauchen, bis es runterläuft. Ist der Junk hier geladen, wenn keiner da ist? Dann würde ich kurz disconnecten oder so. Ich hab nämlich nicht mehr viel Zeit für die Folge. Oder vielleicht mach ich die ein kleines bisschen länger. Dann mach ich sie später kürzer, damit ich hier alles einsammeln kann. Oder eine andere kürzer später. Oh, ich glaub, hier ist auch nochmal Wasser, irgendwas. Ja, vielleicht gibt's auch einen Eingang zu einer Höhle oder so. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, wenn ich hier dann noch ein bisschen am Minen bin, als wenn ich durch so eine Höhle oder so gehe. Also irgendwie lagts gerade. Das ganze Wasser verursacht ein paar Lags. Das schwindende Wasser. Egal. Ich schätze nur, das wird noch eine längere Angelegenheit hier sein. Deswegen mach ich hier einen kleinen Cut oder so. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Lass krachen. Und tschüss. 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 Tschüss.